Dann wohnen wir mal. Wir waren schon mal in der Nähe Holly. Wir haben noch nie jetzt einen Frankreich. Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte Heute gummibereift, ganz kurzfristig unterwegs zu sein. Ich wünsche dir allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal. Also der macht einen guten Eindruck. Körpertemperatur stimmt. Und geht gleich zur Pflegestelle an, ja. Hat gar keine Stacheln. Nee. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.